Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Fahrschulfreitag. Yes! In dieser Folge geht es um alles, was das Thema Führerschein und Fahrschule betrifft. Und um dich. Yeah, um dich. Und um Ampeln. Oder also in der Fahrschulsprache heißt das ganze Ding Lichtzeichenanlage. Wow, krasses Wort. Da brauchen wir gar nicht so viel drum herum reden. In diesem Video erkläre ich dir, wie so eine Ampel funktioniert, wie das Ganze so mit dem Abbiegen an Ampeln funktioniert, welcher Fahrradfahrer wann, wie, wo Vorfahrt hat und welcher nicht. Und ja, das Ganze ist aus einem Online-Kurs, den ich eigentlich für unsere Fahrschule hatte. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich mache es auch für dich. Einfach so, for free. Ja, damit du es dir reinziehen kannst. Genau. Viel Spaß beim Anschauen, aber vorher gibt es noch ein Intro. Pow! Die Sache ist folgende. Also, dass man bei Grün fahren darf, so wie hier. Das seht ihr, das liegt ja auch vorhanden. Das brauche ich nicht erklären. Wichtig ist, dass ihr checkt, welche Phasen wie funktionieren. Also als allererstes hat man mal Grün, so wie hier. Danach springt die Ampel von Grün auf Gelb. Gelb alleine, ganz wichtig. Und, äh, ja genau, vielleicht gehen wir mal zur Seite hier. Nach Gelb alleine kommt dann Rot. Und Rot brauchen wir, glaube ich, auch nicht viel drüber reden. Rot bleiben wir stehen. Und nach der Rotphase springt die Ampel nicht wieder auf Gelb. Sondern es leuchten Rot und Gelb gleichzeitig. Die Sache ist so, also als ich zum Beispiel meinen Führerschein bestanden habe, am ersten Tag, hat mich dann abends die Polizei angehalten. Wir sind irgendwo durch Dortmund gefahren und dann, ähm, wie immer fragen die dann halt so Führerschein und Fahrzeugschein. So, dann haben die da drauf geguckt und haben gesehen, ja okay, ich habe erst einen Tag meinen Führerschein. Dann haben die gesagt, ja, äh, wissen Sie, was Sie falsch gemacht haben? Wusste ich nicht. Und dann haben die gesagt, ja, Sie sind über eine gelbe Ampel gefahren. Dann habe ich gedacht, ja. Dann haben die gesagt, hat Ihnen Ihr Fahrlehrer denn erklärt, was Gelb bedeutet? Jetzt war ich so ein Typ, ich habe in der letzten Reihe gepennt. Also ich habe, ob da einer was erklärt hat oder nicht, weiß ich nicht mehr genau. Aber, äh, äh, jungen, 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 jungen. Aber, äh, auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, Gelb bedeutet, äh, wenn ich es noch schaffe, dann ist es okay. Leider nein. Es ist also so, dass wenn die Ampelfase gelb ist, dann ist das so, dass man vor der Ampel auf das nächste Zeichen warten soll. Also, jetzt ist das aber, glaube ich, ultra schwer rauszufinden, wie, wann schaffe ich das noch oder wann nicht, ja. Wenn wir nochmal hier rüber zur Ampel gehen, dann macht das ja einen Unterschied, ob ich hier stehe, fünf Meter von der Ampel und die wird gelb, oder ob mir das da vorne, da kommen so ein paar Mopedfahrer, wenn man die kurz mal nimmt, und wenn die Ampel jetzt auf Geld springt, das ist noch was ganz anderes, ja. Und das, das kostet so ein bisschen Erfahrung. Ihr müsst euch das so vorstellen, für die Prüfung ist das zum Beispiel so, wenn wir bei gelb über die Ampel fahren, ja, und der Prüfer, der sitzt ja noch einen Meter weiter hinten, wenn der sieht, dass das von gelb auf rot springt, dann wird es wahrscheinlich rot gewesen sein, ja. Ihr müsst das also so hinkriegen, dass ihr rechtzeitig stehen bleibt, aber nicht mit einer Vollbremsung. Also, wenn die Ampel direkt vor unserer Nase auf gelb springt, dann nicht mehr, aber wenn man das noch schafft, und da gibt es ja verschiedene Bremstechniken zu, locker stehen zu bleiben bei gelb, kontrolliert man nochmal den Innenspiegel, damit man weiß, was hinter einem so abgeht. Wenn da so ein Linienbus direkt hinter euch ist, macht es halt auch keinen Sinn, voll in die Anker zu gehen. Aber wenn man das noch schafft, normal stehen zu bleiben, dann sollte man es tun. Also rot, folgendermaßen. Wenn die Ampel auf rot springt, bleiben wir an der Haltlinie stehen. Man kann das hier sehen, da ist die Haltlinie. So, da fährst du dran, und da bleibst du stehen. Und wartest halt vor der Ampel, bis das nächste Zeichen gleich kommt, ja. Was allerdings wichtig ist, was man verstehen muss, wenn du da stehen bleibst, und es ist rot, ja. Und jetzt kommt von hinten irgendwie ein Krankenwagen angeballert. Mit Blaulichs und Tatikata und was abgeht. Dann darfst du über die Linie fahren. Also jetzt nicht mit Vollgas, einfach über die Kreuzung, weil dann können sie den nächsten einsammeln. Aber es ist so, dass du dann tatsächlich, obwohl die Ampel rot ist, über die Linie fahren darfst und so weit nach vorne fahren kannst, dass der Krankenwagen durchkommt. Also gegebenenfalls kannst du dann auch hier auf dem Grünstreifen fahren oder so rechts darüber hier in die Einfahrt rein, so wie man das da sehen kann. Du darfst halt dann über die Ampel fahren. Also nicht über die Ampel, sondern über die Haltlinie. Okay? Ansonsten nicht. Ansonsten bleiben wir einfach stehen, bei Rot. Dann haben wir die Rot-Gelb-Phase. Und Rot-Gelb ist halt vom Weitem, dass du das locker erkennen kannst. Also wenn die Ampel rot war, das kommt Rot-Gelb gleichzeitig, dass du sofort checkst, okay, gleich kommt Grün, ich kann weiterfahren. Gelb alleine haben wir auch schon gehabt, Grün haben wir auch schon gehabt. Ich würde sagen, jetzt sind wir erstmal durch damit. So, that's it. Das war alles zum Thema Ampeln. Nicht alles, was ich zum Thema Ampeln weiß, aber erstmal so grob die Basics. Im nächsten Video, nächsten Freitag, geht es dann um das Thema Grünfallschilder. Meine Ma weiß, glaube ich, bis heute nicht, wie das Ding funktioniert. Ist aber auch nicht schlimm. Ich sage auch nichts, weil, ihr wisst schon, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren oder andersrum. Und ich bedanke mich bei dir fürs Anschauen. Wir sehen uns dann auch schon nächsten Freitag wieder. Wenn du Bock hast, dienstags gibt es auch immer Persönlichkeitsentwicklungsvideos. Und das war's. Fahr vorsichtig, pass auf dich auf. Schreib mir in die Kommentare, ob es dir gefallen hat oder nicht. Ja, und wenn nicht, dann nicht. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.